Aber guck mal, guck mal, hier ist alles in Ordnung. Guck mal, guck mal, ich bin hier voll explodiert. Ach du Scheiße. Alter, wie geil, kam da einfach, kam da einfach so ein TNT raus. Ich guck so, weißt du, auf einmal so, auf einmal so. Ey, das ist aber cool. Scheiße, krass. Oh Scheiße, jetzt mach ich Fußspuren. Ich hol mir mal ein Eimer da raus. Diesmal kommt auch ein Eimer da raus. Boah, furchtbar, das Spiel ist so fies an manchen Stellen, ey. Ja, ne? Also an allen. So, einmal bitte reintunken. Dankeschön. Und sauber machen. Zack, 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 da, 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 da. Oh, hier liegt auch noch ein Bein und ein Messer. Ja, ja, das ist normal. Da, 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 da. Ja, hier, Karin, hab ich die Gitarre. Oh, die ganzen Geschenke da raus. Oh nein. So, was denn? Überall die Geschenke. Die ganzen Geschenke. Ja, das machen wir gleich. Das ist kein Problem. Okay, ich mach nur die ganzen kleinen. Was zur Hölle? Ach man, einmal rein da mit dir. Sehr schön. So. Hm. Ja. Versteck dich nicht, Kiste. So, ich werd einfach mal hinter dir her. Oh, ja. Aber ich glaub, wir können das gleich, wir können erstmal alles hier rumtragen und dann da rein machen und dann machen wir das sauber. Okay. Aber ich möchte trotzdem so ein bisschen... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ja, klar. Ich muss denn hier wieder die Sachen einrollen. Was? Rein da mit euch. Ich hör mir gerade anscheinend sehr viel Spaß, die Sachen da zu verbrennen. Oh. Ne, ich werd das einfach nur ordentlich haben. Hier sind ganz viele Elfen noch. Wenn wir die einmal weg haben, dann ist... Oh Gott. Dann wird es auch endlich mal ein bisschen ruhiger hier drin. Oh Gott. Boah. Ich glaub, du solltest ein bisschen warten. Ja, ich warte. Ja, du solltest ein bisschen warten. Warte. Curry, das kann doch gar nicht brennen, so Leute. Ja, das tu ich ja, das tu ich ja gleich nochmal da rein. So. Die Geschenke werde ich. Diese behinderte Musik. Ach, die ist doch nicht behindert. Die ist so total harmonisch. Oh. Hä? Jetzt warte ich einfach, bis das fertig gebrannt ist. Wieso muss ich mir gerade den Tommy von den Alchemisten vorstellen, wie der zu der Musik singt. Äh, nicht singt. So, tanzt so. Ah, jetzt ist die Musik wieder weg, schade. Hä? Hä? Ich weiß es nicht. Wie, wie der Tanz. Was, was, was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Der hat mir vorgestellt, wie er total beklopft wie der Musik kann. Wuh. Ja, das mach ich auch des öfteren. Ja. Fuck. Weiter. Hier ist noch ein Stein. So. Es kommt langsam, also langsam lichtet sich. Oh. Das ist der schönste Kamin, den ich jemals gesehen habe. Äh. Jetzt bin ich rein. Ja, warte kurz. Gleich ist es leer. Oh. Süß, ne? Wie sie mit dem Feuer spielen. Ja, nein. Ich bin eh nicht. Ich bin ein Elf. So, das hier gehört noch dahin. Ich bin ein Quader. So, rein da mit dir. Kann ich das hier irgendwie noch aufrichten? Nein. So, das wäre auch schon. Zack. Oh, die kommen hier oben drauf. Zack. Nächste Kiste. Curry ist auch sehr fleißig. Ja, natürlich. Wir müssen ja auch vorankommen hier, ne? Den stelle ich mal. Einmal bitte rein da. Da hin. Einmal rein. Da. Hab ich gesagt. Da. Oh. Die Kerze kommt dann auch weg. Oh, da sollte ich nicht her. Oh, da eigentlich auch nicht, aber egal. Äh, wo ist die Kerze? Ja. So, dann bitte. Einmal hier rein. Zack. Ach, schön. Schön. Ah, schön. Bisschen Fußspuren. Ich pack Nase. Wow. Das ist auch gleich ne tolle Putzaktion. Ja, das geht ja. Das ist ja ganz schnell gemacht eigentlich. Wir müssen noch die Elfen mitnehmen, dann haben wir es hier. So. Lalalalalala. Lalalalalala. Ah. Schön Leichenbesorgen hier. Ich bin nur ein halber Hahn. Chikoriki. So. Ach, Curry ist ja schön. So viel teamwork hier. Da vorne ist noch ne Mütze übrigens, ne. Die Mütze dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und die kleinen Patronen dann auch noch. Ich nehme nur die Mütze mit. Jo. Zack. Super. So. Haben wir jetzt alles hier drin? Warte, hier ist noch ein Wein. Und dann wäre es eigentlich alles gewesen, ja? Immer wenn wir kurz davor sind alles fertig zu haben, ist wieder alles irgendwie so dreckig. Oh gut. Ja, aber das war jetzt, das war jetzt nur weil wir die ganzen Kisten rüber geschleppt haben. Legt sich ja jetzt ganz schnell. Guck mal, wie schnell das jetzt hier geht. Ah, hier ist noch eine. Okay. Kommen wir mal an. So. So. Ach, müsste ich mal machen. Ein neuer, neuer Eimer bitte. Mal gucken, wer von uns jetzt die Arschkarte hat. Ah. Also, meiner ist da. Ah, gut. Nee, keiner. Juhu. Zack. So. Wow, das fällt ja echt super. Ah. Ah. Nein. So. Noch ein Eimer bitte. Dankeschön. Ja. Ich glaube, ich brauche gleich, ich brauche jetzt auch einen. Ja. Das heißt, ich werde diesen hier mitnehmen. Oh, verdammt. Ich hätte mir den Weg auch frei putzen sollen. Ah, ich bin so eine Partner, sah einfach nur. Genau, sehr schön. Okay, machen wir das jetzt anders. So. Sauber gemacht. Zack, 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 zack. So. Nehmen wir den Lieben einmal mal mit. Oder warte mal, ich mache das so, genau. Guck mal, so schnell geht das jetzt wieder alles sauber. Hä? Blöde sind echt die Fußspuren auch immer. Ah. Ja. Und wir vorne noch die, warte, nimm ich die Elfen mit. Not bad, not bad. So, komm mal bitte mit hier. Curry, jetzt ist deine Ehre an deiner Seite zu dürfen, habe ich dir schon mal gesagt. Ja, das ist sehr nett, das finde ich aber genauso. So ist das zunächst in der Playmaster auch immer. Wir müssen, also die Neuliche, die müssen dann halt immer putzen. Ich habe den Curry dabei beobachtet, wie der den Scheiß vom, keine Ahnung, Dennis weggemacht hat. Ja, natürlich, so weit kommt es noch. Wui. Oh, jetzt habe ich was ganz Schlimmes getan. Was denn? Mann, also wenn die Eimer manchmal dreckig sind, dann werden die noch dreckiger, wenn man da so sich reintunkt und das ist nicht so. Ja. Fuck. Und statt Kaffee zu holen, als Neuanfänger da, ne, müssen wir an die Zapfmaschine, an die Red Bull Zapfmaschine und da immer den Leuten... Boah, eine Red Bull Zapfmaschine. Oh ja. Wie geil. Dann müsst ihr dir eben mal den Tod holen, glaube ich. Egal. Red Bull. Ja, Reef, jetzt was passiert. Warum ist das passiert? Da vorne. Also ich mache jetzt sauber, ich kann da gerade nicht mich drum kümmern. Ja, okay. Ich kann es mal ausschauen. Ich bin schon im nächsten Raum. Toll. Das ist gut. Zack, 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 zack. Gut, ein Eimer, das ist sehr gut. Ich mache nämlich ein Eimer. Huh. Ja, und sonst können wir ja mal so ein bisschen Smalltalk machen. Ja, alles super, ne? Ja, ja, ja. Ja, muss, ne, muss. Alles super beim Curry isst. Ja. Curry, der ist, bei dem ist alles super. Okay, man kann dazu sagen, wir haben gerade halb drei. Ja, wir haben echt total spät. Scheiße. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber wir putzen. Das ist die Hauptsache. Ja. Oh Curry, echt klasse. Hast du da noch einen Milleimer? Ich hole mal noch einen hier. Ja, hole mal noch einen. So. Oh, und ich wische mal hinter dir her. Dankeschön. Hey, was machst du? Ich hole einen Eimer. Ich habe den Eimer mitgebracht. Weil ich glaube ich gerade. So, da hätte ich mir das auch geschafft. Oh. Was denn? Was ist denn? Du bist gerade leicht verwirrt. Ja, ich bin gerade echt verwirrt, weil ich muss den Müll in hier reinpacken. Ich sammle das nicht. Irgendso, wie es wohl auch sein soll. Aber wir sind halt die verplantesten überhaupt. Hey, warum? Was machst du denn jetzt? Ich sammle den Müll hier und werfe das insgesamt dann alles halt in den, äh, ins Feuer. Ach, da sollen wir den Müll drin sammeln. Ich denke mal, so muss das sein, oder? So, ich dachte, weil... Okay. Es ist aber einleuchten. Ich nehme mal die Beine noch hier mit. Warte, die kannst du... Die kann ich auch noch mit rein... Oh ne, das hast du jetzt dazu gemacht. Oh, warte, ich mache... Ne, ne, so. So, einmal bitte rein da. Okay, gut, jetzt kann ich das da auch reinpacken. Ach so. Ich hatte hier ein Beinchen. Ja, hier ein Stein. Huch. Öh. Ja, das ist, äh... Das war ich nicht. Geil, du machst wieder alles verkehrt. Ja, das ist... Manchmal fällt das einfach von selber um. Gott, wie lange spielt man denn schon wieder? Das ist... Also, überhaupt... Wie lange... Warum spielen wir denn... Warum spielen wir so ein Putzsimulator über zwei Stunden? Ja, das zeige ich mich auch. Ich wollte eigentlich nur so zwei Folgen machen. Scheiße. Aber ich will jetzt gucken... Was passiert, wenn wir das schaffen? Oh. Ähm. Warte mal. Oh, ähm. Weißt du was? Tschüss. Okay, tschüss. Zack. Rein da. Noch wieder ein bisschen Platz. Ich hab noch eine kleine Hand. Winke. Ja, nimm die mit. Ich nehme noch einen Fuß. Oder was ist das? Auch eine Hand. Okay, dann hole ich mal einen neuen Mülleimer. Oh, warte, hier ist er. Sehr schöne Idee. Ein Stück Waffel. Holzwaffel. Oh, Waffel. Oh, Waffel. Boah, Waffel mit heißen Kirschen und... 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 und Vanille... Oh, hör auf, ey. Oh, Curry. Steh durch. Hunger. So, hier haben wir noch Holz. Das nimmst du mit. Jo. Hier hab ich auch noch Holz. Ah, ist das schön. Ah, ich hab was geschafft. Ah, ich hab was geschafft. Es ist mutter schön. Ah, ich hab was geschafft. Ja. Ich bin so stolz auf uns. Ja, wie sie... Also, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. So, zack. Die denken, die sind schon durch. Dabei gibt's noch mehr. Hehe. Gleich, wenn wir das so geschafft haben, zack. Nächstes Level. Oder geheim... irgendein Geheimgang oder sowas. Ja, ich denk immer noch, wir kommen da irgendwie durch die Tür da vorne. Weil die so auffällig ist. So. Ah, wir wissen es nicht. So. Zack. Wollen wir das Spielzeug auch hier irgendwie weg? Ähm. Okay. Ich nehme die Tür einfach mit. Hehehe. Oh, das ist so bescheuert. Einfach nur. Na. Eins. Und das hier. Zwei. Auch noch da rein. Zack. Juhu. So, das wärs, ne? Glaub ich. Was? Können wir da oben eben hin? Nein, hier. Eins. Und das hier. Was ist hier noch? Einen Stein? Ja. Curry, hast du gut gemacht? Danke. Ach hier. Das ist das die ganze Zeit. Hä? Komm mit, Kiste. Die Kiste muss mal mitkommen. Ach ne, ich nehme die Steine da raus. Hätten wir das auch geklärt. Okay. So. Stell ich mal hier die Stühle wieder richtig hin. So. Ja Leute, falls ihr noch dran geblieben seid, dann vielen Dank für's. Bis zum Schauen auf jeden Fall. Boah, wer schaut sich das denn durchgehend an? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vor allem wir spielen so lange schon. Echt. So. Weil wir spielen ja jetzt so selten zusammen, weil ja irgendwie nie jemand Zeit hat. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Rishi spielt auf jeden Fall. Ja und dann, wenn wir mal Zeit haben, putzen wir einfach. Ja. Und der 616. So, dann hab ich vorhin schon auf PC-Version. Weil, den vermisse ich auch. Rishi, 616. Ich hab... Ey, die können ja mit uns putzen. Boah. Das müsst ihr jetzt tun. Oh. Ich hab letztens von Rishi geträumt. Aber von der GTA-Rishi. Von der weiblichen GTA-Rishi. Total krank irgendwie. Dass die auch meine beste Freundin war und sowas hab ich wirklich geträumt. Dass die meine beste... Nein! Nein! Aber ich gibt es die gar nicht. Sie ist nur eine Kunstfigur. Oh. Nein! 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 Was wird das denn, Curry? Hey, das warst du. Hä? Nein! Nein! Warte! Nein! Boah, ich hab's gefangen. Achso. Okay. Ey, wenn der... Ey, das gibt es doch nicht. Ah. Geht doch. Weil jetzt machen wir schon wieder alles dreckig. So. 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 Lalalala. So. Einmal das Beinchen da rein. Zack. Lalalala. 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 Ernsthaft? Warum? Ja, da ist doch noch ein Eimer. In den anderen. Wie dann immer alles so still ist. Weil wie du aussiehst. Einmal wenn du da draußen siehst. So. Hier sind wir jetzt fertig, ne? Ja. Okay, ich hol mir schon mal einen neuen Eimer. Oh. Äh. So. Oh Gott. Und weiter geht's. Und da da. Ja. So. Gleich haben wir es geschafft. Boah. Curry ey. Nein. Ey. Der fällt doch immer um. Ich glaub das liegt daran. Wollte einen neuen mitbringen. Okay. Sehr schön. Was wolltest du grad sagen? Du bist stolz auf uns. Ja. Das wollte ich grad sagen. So. Och nö. Meine Nase juckt jetzt auch. Ah. Das ist ein wahrer. Let's bear. Jetzt juckt auch deine Nase. Die juckt immer wenn ich aufnehme. Ich weiß nicht warum. Hm. Ist bei mir auch so. Was? Was? Was los? Curry? Was ist denn da? Was? Ich bin voll unschuldig. Zwischen den ganzen Geschenken. Was war das? War das nicht? Mann. Der Eimer hat mich einfach in die Luft katapultiert. Oh. Oh. Voll wie du da stehst und einfach nicht sagst. Oh. Oh. Oh Mann. Das wir schon so spät haben. Wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Das merkt man doch nicht. Hallo. Wir brauchen so einen Mülleimer. Ja. Kommt sofort. Tolle Mülleimer. Zack. So. Am besten zwei. Einmal Mülleimer bitte. Hier. Mülleimer Nummer eins. Boah. Curry. Der Hammer hier. Echt. Das ist der Hammer wie krass aufgeräumt das ist. Ich bin so glücklich. Ja. Was denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal fällt das einfach um. Als wenn es extra macht. So der Eimer. Oh. Weg da. Weg da. So. So. Jetzt auf ein neues. Wassereimer. Letzte Hürde. Hallo. Hallo. Dann haben wir mal die Elfen da. Hier steht noch ein Wassereimer. Also nicht umkippen. Äh nicht umkippen. So zu. Das ist der Backup Eimer. Okay. Okay. Aber das müssen wir jetzt noch schaffen hier. Ja. Ja. Wenn wir das schaffen. Dann haben wir es halt geschafft. Ja das äh. Dann machen wir hier fertig da. So. Ja. Ich mach das. Ich mach das so rum. Okay. Scheiße. Okay. Und. Zack. Die nächste Elfe. So. Einmal bitte ins Kästchen rein. Dankeschön. So. Jetzt die Elfen. Oh. Hier liegen überall Flaschen rum. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ah. Was haben die denn hier gemacht? Ich will gar nicht wissen was der vorher mit denen gemacht hat. Der. Alte. Perverse. Sack. Nein. Santa Sack. Santa Sack. Santa Sack. Da gehören die hier alle rein. Was? Und dann. Nein. Und dann mit dem Sack ins Feuer. Egal. Ich muss immer aufpassen was du sagst. So. Und rein da. Okay. Das wird mir geschafft. Das kommt auch noch da rein. Nimm das hier auch mal mit. Scheiße. Da muss ich gleich schon wieder hinter mir herwischen. Einmal bitte. Ich komme. Ja. Der Backup einmal. Oh. Warte. 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 Bleib mal stehen. Ja. Oh. Wie die mich angucken. Guck da durch die Kiste. Oh mein Gott. Wow. Okay. Du wirst wissen was du getan hast. Weiß. Kann ich. Kann ich. Kann ich. Ja. Oh. 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 Wo sind sie? Schon drin? Ah. Super. Ah. Aha. Ah. Ich warte einfach bis. Was denn? Nichts. Nichts. Was denn? Ah. Was? Was? Warte. Curry? Was ist hier schon wieder passiert? Warum stehst du da immer so unschuldig wenn da was passiert? Also. Diesmal kann ich nichts dafür. Du hast einen Molotow Cocktail in deine Kiste reingetan. Oh. Scheiße. Aber es ist sehr witzig dass immer wenn ich höre. Und dann sag ich Curry. Und dann stehst du da irgendwo inmitten vom Chaos. Ja. Ist ja auch geil. Ist ja voll krass. Ach ja. Es ist einfach echt verdient. Und dann stehst du da irgendwo inmitten vom Chaos. Oh. Ähm. Ich geh mal weg. Warum? Ich glaub da sind auch Molotow Cocktails drin. Scheiße hast du. Ach da sind überall Flaschen. Das waren also die Molotow Cocktails. Die Kiste soll jetzt mal weg. Ah ok. Jetzt kann ich das auch da rein tun. So. Rein da. Bitte explodier nicht. Wenn du. Wenn jetzt etwas explodiert dann bist du schuld. Weil du da standest. Gar nicht. Was? Ja weder. Nein. Curry ich hab gesehen wie du da reingerappt bist. Nein. 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 Das gibt's doch nicht. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier. Äh. Nimm mit. Hier. Äh. Curry. Da war's geplatzt. Wo bist du? Ich hab das gesehen. Ich hab nur gesehen wie du geplatzt bist. Wie krass ist dein Arm. Jetzt ist dein Arm Curry. Und dein Herz. Oh Gott ey. Guck mal hier deine Teile. Oh Gott. Oh guck mal hier deine Teile voll am freuen. Oh Curry irgendwie. Ich weiß nicht ob das noch was wird. Ah. Scheiße ey. Oh Gott. Okay komm. Keine Ahnung. Ich glaube es ist verloren. Hier ist alles wieder voll hininander. Warte warte. Ich mach ganz schnell. Ich mach ganz schnell. Es ist nie was passiert. Ah. Ich glaub das gehen wir nicht mehr hin. Echt nicht. So. Das Dino. Du stehst da. Curry. Puuuuh. Hahaha. Oh hell. Oh das hätte ich jetzt gerne mal gesehen wie das aussieht. Das könnte ja auch mein Schnee sein. Das hast du früher immer mit GPS gemacht. Das darf ich auch einfach sagen. Aber hier ist auch ein Stück. Was? Hier. Guck mal das ist von dir. Da nimm es dir. Das ist nicht mein. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Kacke. Weiß ich nicht. Okay wir machen jetzt hier noch den Blue Flag fertig und dann war es das. Mir reicht's. Ja. Ich hab genug von TNT. Wir tun da nicht ein. Wir sagen halt gleich einfach in dem Spiel wir sind fertig. Und dann können wir es ja auch speichern wenn die Leute es nochmal sehen wollen. Ja was bestimmt der Fall sein wird. Hahaha. Ich weiß es nicht. Oh ja. Okay Curry ja. Ja okay. Also wir haben uns eigentlich gut geschlagen muss ich sagen. Eigentlich haben wir uns gut geschlagen. Ja im Nachhinein schon. Außer wo wir dann explodiert sind. Aber die Szene gerade wo du geperzt bist und ich in die Ecke kam und du wieder ganz unschuldig da so völlig. Oh ich hab gar nichts gemacht. Puuuuh. Okay. 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 Wunderbare Aufnahmen. Wirklich wunderbare wunderschöne Aufnahmen. Vielen Dank dafür. Ja warte mal. Was hast du gesagt? Wie? Was? Nichts. Was machst du da? Guck mal da hinten. Wie da hinten? Da hinten. Geh mal zu den Renten. Da ist gerade was gelaufen. Curry was hast du gemacht? Nichts. Was denn? Hä? Das ist doch gar nichts. Ja ja. Ich weiß nicht. Curry? Was machst du da hinten? Ich mach doch gar nichts. Es reicht. Hier. Ja okay. Ey. Curry ist doch alles verloren. Es ist alles verloren. Ich muss den Bezieher kommen. Und den Eimer auch. W Sonraki. Ja, ja. Und den Eimer auch. Ja. Und den Eimer. Du kannst einen Eimer auch. Das wollen wir hier noch nicht reinfragen, das ist dein Eimer. Oh. Ich meine, das war so. Ja, Curry. Ich werde jetzt hier. Schön. Ja. Warte. Komm, wir gehen abstempeln. Ich mach Clock off. Was muss ich machen? Clock off. Mach Clock off. Go in shame. Ja, wir gehen in shame. Warte mal, ich speichere trotzdem mal kurz das Spiel. Okay. Oh, schön. Also, Curry, es war sehr nett. Ja, ich fand's auch. Gehen wir in Schande. Oh. Oh, da sind wir auch schon. Okay. Ja, dann. Panthers Rampage. Ja. Danke fürs Zuschauen bei diesem sehr seltsamen Let's Play. Ich werde beim Schneiden so viel Freude haben. Das weiß ich jetzt schon. Und Curry, danke fürs Mitspielen. Ja, immer wieder gerne. Ja. Wenn du beim nächsten Mal jemanden zum Putzen brauchst. Also, es gibt ja noch die Alien-Station hier, ne? Wir können ja noch so ein paar Sachen machen. Ja, wir können ja die Alien sauber machen. Okay, also, wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Das wird ja, glaube ich, auch über Weihnachten laufen. Ich weiß das nicht genau. Wir müssen mal gucken, ob wir alle zwei Tage oder so machen. Das weiß ich noch nicht. Aber ja. Ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Spiel. Hi, bye. Tschüss. Du musst jetzt coole Action mit deiner Hand machen, Curryso. Coole Action mit meiner Hand? Ja, irgendwas cooles. Hier. Stapelschiff. Warte. Domino-Stein. Ja, Mann. Ich ess ja Chips vor der Kamera. Mach das. Mach das. Warum nicht? Ich glaube, Curry. Okay, Curry. Dann, ähm, Leute und Curry. Tschüss. Ja. Tschüss. Bye-bye.